Moin Moin, ihr geilen Schnitzen, herzlich willkommen zurück. Hallo, wieder mit allen üblichen... Hier ist Free Runner cool. Hallo. Free Runner ist immer cool. Da ist einer Sportaner. So, mach mir die Tür auf. Okay, mal guck, was passiert. Seam, folgt mir! Schnell! Nooooooooooooooo! Er hat nix für sich. Ich hör' immer noch, ey. Brüder im Geiste, ja? Ich lebe immer noch, ich fall' immer noch. Ich sag' mal so, Dadosch und ich sind böse. So ein bisschen, aber nicht. Jedermann sieht deine Füße da übrigens. Die Leute sind super laut. Das ist ärgerlich. Ich wusste nicht, wie ich den Freerunner sonst nutzen soll, also hab' ich mich einfach auf ne Tür gesetzt. Das ist schon cooler. Und was hat Jay gerade gesagt, kurz um die ganzen Sachen aufzurollen? Man, das hat er gesagt. Ich hab' nichts gehört. Ich hab' nen Diegelschuss ganz klar gehört in der Nähe von Peter. Ja. Die Waffenauswahl ist hier eher bescheiden. Ja. Welches, welches besser, die SVT oder die Tokarev? Ich weiß auch nicht. Jay, was hast du vor? Ja, du bist immer noch da unten im Loch, oder was? Ja, komm hinterher. Du stirbst nicht. Aber nachher hattest du einen Traitor und dann machst du mich weg. Nee, ich schwör' dir, ich bin innocent. Ich bin Spartaner und innocent. Also komm' ich auch einfach dahin und dann können die uns nicht töten. Ah, Bärenfalle. Bärenfalle. Das war Jay. Wow, Dadosch. Was ist das denn hier? Der Randomat. Der Randomat. Der Randomat sagt, alles ist jetzt schnell. Ist das ein Detective-Item? Ja. Ja. Hallo? Darf ich dir die Listen auf alle? Warum kannst du dich da unten nehmen? Ja, ich auch. Wo kriegt man denn hier eine? Nee, Mensch, Junge. Hier gibt's keine mehr, Dadosch. Hier unten gibt es nur das Schwarze nichts. Nicht da rein springen. Nein, du fällst ewig lang da drin. Ja, ich fall' einfach ewig. Ey, Dadosch, kannst du mal Q drücken. Nein. Doch, drück mal bitte Q. Uh, wieso ist es hier so dunkel? Nee, Dadosch, Q drück. Ich bin dunkel, oder was? Du Sack. Meinst du, ich bin doof, oder was? Meinst du das? Das geht mir von auf den Sack dieses 50%-Ding. Wie soll ich denn da jemanden erschießen? Äh, ich mein, äh... Jetzt nur noch die. Oh, Bananenbombe! Oh Gott, oh nein, schnell, töte Jay! Ich hab' gesehen, wer sie geworfen hat. Töte die! Aua! Dadosch ist es! Dadosch hat auf Jay gesch... Du hast auf Jay geschossen. Er hat ne Bananenbombe geschmissen. Ja, auf jeden Fall! Oh! Dadosch, ey! Ja, Dadosch war es. Da ist gerade einer richtig hart explodet. Also. Christian? Das war zu obviös. Ey, hier sind zwei gestorben. Da ist aber wer gestorben? Ja, an der Meertüre. An der Meertüre ist er gestorben. Dadosch lebt hier aber, der läuft hier oben. WTF? Ihr habt ja doch gehört, dass er explodiert ist. Der liegt hier doch gerade oben oder nicht? Na, das bin ich. Alter, hau ab. Also Dadosch, deine Leiche liegt hier noch. Hattest du dich gerade Dadosch gesehen? Ja. Die Leiche liegt neben der von Jay. Dadosch war auch Strater, ja. Dadosch war auch Strater, ja. Nice. Wobei, ich glaube, aus seiner Perspektive konnten wir das auch schwer sehen. Mann, hallo ey. Der Leiche liegt neben der von Jayce. Einfach du kleiner Weghoch der war. Ja, da hast du daneben gemessert. Ja, aber danach hat es ja noch geklappt. Ich war auch echt schnell. Ah, das hat gut funktioniert tatsächlich mit der Bananenbombe. Nein, ich glaube, Dadosch wollte dich einfach so erschießen. Ne, ne, das ist jetzt alles Telefon, Dadosch. Quatsch, ich habe doch einmal einfach dir eingedrückt und dann bin ich auch weitergegangen. Das war ja nicht so, dass ich jetzt das genutzt habe und dich töten wollte. Du bist schon ein böser Mensch. Und das war halt mega-obvious, dass Sandalum Bösewicht ist, weil er niemals sowas macht. Gab's dir nicht so eine Töne, wenn ich aufmachen darf? Ja, da habe ich eindeutig gesehen, dass jeder Mist gemacht hat. Ja, da wo ich mich gefallen ist. Äh, aber kann man die auch normal aufmachen? Nein. Ne, wenn der damit Spartan hat, du fällst einfach jetzt nichts und lebst die ganze Zeit und du fällst immer tief. Sepp hat gekauft. Au! Ich muss den mal machen kurz. Ich weiß auch nicht, ob das eine wahre Geschichte ist. Sepp ist Schakal gewesen. Ja, der stand hier in der... Ja, nice! Ist ja okay, cool! Ja, ist gut gemacht! Haha, ich kriegst ein Leckerchen dafür. Dankeschön. Nein, du nicht. Mein Leckerchen ist gerade Sebastian. Kennen wir uns gerade einmal? Ja, die sind gerade neben mir. Ich hab dann direkt wieder große Ohren. Ist natürlich ärgerlich für dich, sorry Sepp. Was hat der denn denn für eine Waffe? Ey, warte, mich würde mal interessieren. Stell dir mal vor, der hätte jetzt die Zeitkrieg-Deal fallen lassen. Was passiert da? Wo seid ihr denn? Der hat ja auch schon... Ey! Christian! Ach Mist. Da war doch ein Kopfschuss. Ich guck mal, ob ich mein Schuss war. Kopfschuss. Da vorne. Christian ist Sidekick. Uff. Das war ein... Uff. Was war das denn? Darosch, Alter. Wir müssen das kurz zusammen... Ich muss meine eigene Lüge, die ich erzählt habe, gerade kurz umsetzen. Wenn der Golden Eagle wurde gerade hingerichtet, das ist schlecht, Darosch. Du musst da ausweichen. Boah, da seh ich mich. Aber das ist nicht gut. Das heißt... Ich hab Darosch gefunden. Ja. Hast du auch Peter gefunden? Ich möchte das nur wissen. Nee, Peter hab ich nicht gefunden. Aber der liegt schon, oder? Aber ich kann dir sagen, wir haben noch ganz schön viele Leute noch leben. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Ich glaube, ihr beide seid die Letzten. Wollen wir mal bitte die Tür zulassen eben? Tür auf. Zu machen wieder. Spiel stoppt. Aufstehen lassen. Okay. Wartet. Ah! Oh, die arme Wurst, ey. Mann ey, das war so klar, dass ich abgeschossen werde, während ich da einen fresse. Ja, klar. Ach, du hast gefressen? Okay. Ja. Mach das doch nicht, wenn du vorher schon wusstest. Ich hatte das einfach im schlechten Gefühl. Nein, nein, nein. Im schlechten Gefühl hast du das? Ich hatte gehofft, dass Jay kaputt geht, bevor der was sagen kann. Leider war er nicht. Ich wollte Jay sowieso in die Kange rein mit meiner Betrügerleiche. Du hast ihn halt schon erschossen, ey. Ja, der stand da halt so als leichtes Opfer. Ohne Waffe. Wenn hier jemand sich wieder irgendwie so ein Separé benutzt, ja. Aber nicht so auffällig wie Sepp. Kann mich extra verstecken. Und dann kommt da der Jay da drüber geklettert, die Sau. Das macht schon ein bisschen lustig. Ich hab auch echt Schiss gehabt, wenn du jetzt innocent gewesen wärst. Dann hätt ich mich hart geärgert, sag ich dir. Sepp! Sepp, Sepp, Sepp is it. Sepp, Sepp, Sepp is it. Sepp, komm von oben gleich. Hätte gerne. Was war denn das gerade für ein Schrei? Äh, in dem Raum, wenn du das Ding aktivierst. Achso. Ach so, den Scheiß. Gibt sich hier auch irgendwie so Zubidemen aktivieren? Ja, das war der Schrei. Achso. Da ist er! Warum ist hier keine Shotgun? Da ist er! Er ist in dem Raum, ne? Da. Ja, ja, der ist da in dem Raum. Ja. Ich hab ihn da einmal kurz aufgenommen. Fede, ey, ey. Fede, ey, ey. Ich beschütze euch, ne? Mein Mikrowellen. Oh! Ja, okay. Sepp, jetzt kannst du rauskommen. Ich bin schon offen. Mal kommen. Doch bitte, ich brauche jetzt deine Hilfe! Nee. Moment, das ist der Falsche! Nee! Ich dachte, das wäre Sepp! Alter, Jay explodiert doch nicht hier neben mir. Das war jetzt low. Und wer trinkt da auch noch? Hier, Schuhring, ey. Ich hab kein mehr. Stopp! Mam, 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 mam! Ah! Ah! Ey! Wieso schießt du? What the fuck? Moment. Wieso schieß ich? Weil der Typ da schießt, durch die Türe kommt. Warum lebst du denn überhaupt noch? Das ist die größere Frage. Weil ich nie gestorben bin. Aber warum hast du nichts gesagt? Warum soll ich dir was sagen? Ich wollte das auch nicht. Wieso nimmt ihr die Waffe nicht? Das hat keine Waffe. Ja, das ist sehr gut, natürlich. Hab ich. Sehr gut. Mach das nochmal. Oh Gott, ich hab Angst. Keine Leiche, das kommt voll ab. Da weint grad ein Mädchen. Oh nein, geh sie trösten. Hast du gekauft? Ja. Moment, kommt er wieder? Alter, was ist denn hier passiert? Oh, warte mal. So, wir bleiben jetzt zusammen, ja Chris? Wo bist du? Hier. Wo bist du? Wo bist du? Wo ist hier? Du bist hinter mir? Alter, was explodiert denn hier alle? Ich bin sicher, dass du der jetzt wirst. Diese Waffe, Alter. Ich brauch ne richtige. War halt klar, dass du da kam. Ich hab ein Radar gekauft. In welchen Szenario ist das möglich, dass man sich selber anbaut? Das war geil, weißt du? Nein, nein, nein. Ich war mir nicht sicher, ob bei Sepp schon wieder Second Chance getriggert ist. Und als er dann geschrieben hat, kam dann von mir das Ja. Ich musste den Chat nochmal aufmachen, weil ich das geschrieben hatte. Und ich dachte, Bram, Sepp und Jay reden da. Du hättest nicht so zappeln müssen. Wo ist meine Waffe? Ist Chris Chakal? Ja. Wolltest du ein bisschen Plastik machen? Ja. Ah. Man kann sich auch was selber anbauten. Aber wenn man eigentlich stirbt, dann droppst du doch die Waffe, oder nicht? Ja, aber wenn die halt irgendwo hinterfällt, dann ist es halt doof, ne? Der Gang war eigentlich nicht so groß, dass man das irgendwie... Federmann. What then? Ich hab genau gesehen, dass du das machst. Random Damage. Ich bin Detective, da muss man ein bisschen Random Damage verteilen. Was würdest du noch heilen? Was würdest du noch heilen? Nein, kann ich nicht. Diesmal bin ich kein Trader, sonst hätt ich dich schon zum Schneemann gemacht. Ey, what the fuck? Ich bin eine Lampe. Hättest du einen Schneemann bauen? Wieso gibt's doch dieser Mann? Du bist keine Lampe. Oh, Bram, wolltest du mich zum Sidekick schießen? Nee. Mit der hier? Mit der Velrod? Ja. Voll nice. Ah, komm, Sidekick. Jade auch. Oh, da ist jemand gestorben. Dalu, Dalu, ach. Dalu ist tot. Oh, ich würde wiederbeleben, safe. Das ist Trader. Nee, Gambler. Das kann aber nicht. Ich bin aber Gambler. Ich bin aber Gambler. Und der Detektiv hat mich wiederbelebt. Lüge alles. Töte Dalu, Dalu ist freigegeben. Ich hab meine Fake-Leiche geworfen. 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 Was das hier alles gibt in diesem Kaufmenü. Boah, ist hier noch ne coole Waffe? Das ist eigentlich ein Detektiv. Ich weiß aber, ich werde voll gern, wenn dann irgendwo ein Traitor sich mal irgendwo hinkriegt. Was das hier alles gibt in diesem Kaufmenü. Ich find Dalu irgendwie komisch, by the way. Weil der da die ganze Zeit bei seinen Fake-Leiche gegammelt hat. In diesem einen Nebenraum. Aber ich wurde angeschossen von mir. DALU! Hast du eigentlich schon alle Geschenke zu Weihnachten gekauft? Wer hat mich da abgeschossen? Ich hab dich nicht. Dardosch, alle ignorieren dich. Das hab ich Problem. Ja, ich merk das schon. Aua! Dardosch, ich war das. Kann mich jemand heilen? Oh, da ist die Falle. Da war die Falle. Da war die Falle. Einfach warum werde ich abgeschossen? Ich weiß es nicht, ich auch. Geht er aus dem Boden oder so? Ähm, Momi ist einfach explodiert. Irgendwie schießt ihr aus irgendwelchen Ecken. Oh Gott! What the fuck? Dardosch, Dardosch! Och nö! Ich schieß so schnell! Der ist tot! Wer schießt denn immer noch auf mich? Der kleine Dalu hier! Loll! Habe ich dir gerade... Habe ich dir gerade getötet? Ich hab dich echt kaputt gemacht, Dardosch, ne? Ah, du kommst gleich wieder. Da! Das ist wie voll ist es. Ich bräuchte Leben. Wer ist denn jetzt hier alles gestorben? Peter war ein Detektiv. Der war Schakal. Hi! Hi! Ist alles scheiße. Wieso? Weil ich nicht mehr viel Leben hab und du der letzte bist. Er ist low, ich hab ne Crowbar, los geht's! Ich hab ne Crowbar, los geht's! Er hat halt echt kein Leben mehr. Dalu warst du klein und bist aufm Boden rumgewieselt. Habe ich den Headshot gedrückt, Dalu? Habe ich den Headshot gedrückt, Dalu? Du musst dir selbst antworten. Du hast mir nen Header gegeben, ich hatte 97. Aber wie bist du da, warum lebst du da noch? Weil ich wiederbelebt wurde. Ja, aber wenn ich dir nen Header gegeben hab... Er hat den normalen Defi benutzt, nicht diesen schnellen Defi. Den roten, nicht den grünen. Und Sepp, das ist ein Easter Egg auf der Map. Alter, ey, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Ich hab ihn auch nicht gesehen, gegen den Winger hat vorm Sagen. Dalu war nicht unter der Couch oder so. Ich hab nur auch das C-Symbol gesehen. Das ist wie der Map-Vorteil von Dalu. Ich hab euch auch extra nur angeschossen. Nicht abgeschossen, ja. Nett von mir. War lustig. Aber ihr habt nicht auf euch geschossen. Nur Sepp und Peter in einem Raum. Peter wird angeschossen. Ja, aber ich hab das vom Ton und so alles überhaupt nicht gepasst. Ne. Übrigens, kleiner Tipp von mir. Wenn man sich nen Boom-Buddy kauft, den nicht vor der Türe planten. Sonst kommt man nicht mehr hier rein. Oh, aber Terrasso. Der Terrasso ist... Ja, damit man sich was laufen kann. Da muss man ja Platz haben. Ich leb irgendwie noch, aber irgendwie auch nicht. Ich bin mir so sicher. Was hast du denn gemacht? Oh, warte, warte, warte. Bist du vom Regal in die Wand geschoben worden? Drei, zwei, eins. Ne, ich bin... Ab, Luke. Gaining life for killing people. Gaining life for killing people. Oh, okay, wenn ich low bin, erstmal Leute tüten, ey. Oh, shit. Wieso stärkt es denn die Trader und so? So, und Peter läuft durch mich durch. Und jetzt Dadosch. Und jetzt Dalu. Das heißt, er ist hier irgendwo. Ne, was machst du hier? Ne, ich bin nicht der Mülleimer. Ich steh jetzt, Moment, ne, Dadosch. Da, ich steh neben Dadosch. Ne, ein Stück nach... Ja, genau, Peter, Moment. Ich bin hier Seher. Ich seh sogar deinen... Hier explodiert gleich alles! Ja, ohne Spaß, Alter. Es explodiert hier alles. Weiß ich nicht, weil er hier auf Bombe, oder was? Ich weiß aber nicht, wo ich reingebacken bin, aber ich bin hier. Also, shit, you are already here, guys. Weißt du, Bram, ich nehm mal kurz die Zunge in die Hand und schieß einfach mal so. Lass mich mal! Ne, 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 ein Stück weiter nach... Du musst ein Stück nach rechts. Ach, Kacke, da ist ja voll die Partie. Links, links, Entschuldigung. Alter. Oh, jetzt! Ne, nur noch ein Stück. Noch ein Stück. Ich steh's genau vor mir. Ne, jetzt nicht mehr. Beweg dich nicht mehr, nicht so viel. Aber dann werd ich doch geschossen! Da hinten sind viel mehr. Beweg dich doch jetzt mal nicht, Peter. Lass dir Zeit beim Zielen. Ich hab mich zu so einer Kilmissdose gemacht. Und bist halt einfach irgendwo reingepackt. Hier, böse Granate! Man kann nichts mehr mit dir machen. Böse Granate? Da hab ich mich verschluckt. Von Sepp oder von wem? Ja, von mir. Ich bin jetzt hier, ich setz mich hier auf die Couch. So, und so läuft das jetzt hier. Ich hab auch hier gerade. Ich warte auf mein Vorstellungsgespräch. Wer kommt denn hier mal rein? Der Chef. Christian, geh mal da vorne in den Weg und den Ding rein. Okay, also wenn ich Sachen seh, kann ich euch nichts sagen. Hier ist Jay drin. Ich seh Dalu. Nee, lass mal hier. Ich hab mich in Ruhe. Mal weg. Oh, Dalu macht's! Oh, meine kleine Reise! Komm, Dalu, mach ihn weg! Hinter dir, Christian! Oh! Da! Der Genome! Sepp ist es! Sepp ist es! Der hat gerade einen Boombardy fallen lassen! Sepp ist es! Genau vor meiner Nase! Ähm, ähm... Alter, du warst ja wieder klein! Ach Gott, ich hab versta... Peter und Sepp... Nein! Nein, ich bin einfach ins nichts gebracht! Aber hier hat doch noch einer geschossen! Ja, ich weiß! Ich hänge in der Luft genau! Da liegt der Boombardy! Warte mal! Scheiße, ey! Peter! Komm schon, Christian! Mach den! Jawohl, schön! Wir haben gewonnen, Team! Nice, Mann! Scheiße, Alter! Wieso hast du dich bewegt, Dalu? Und das mit dir? Das war richtig knapp! Hey, was war das denn jetzt? Vor allem kam Peter so um die Ecke gesneakt! Weißt du? So ganz kleine! Das ist einfach ein Boombardy vor mich, ey! Das war natürlich belastend! Die Map ist ja wohl mega asozial, ey! Wenn du ständig unsichtbar bist! Ey, Bram war gebuckt einfach! Ja, aber trotzdem ist der dann ja unsichtbar! Ja, aber das hätte auch auf jeder Map passieren können! Ja, aber das ist ja schon zwei Mal hier passiert! Nein, das eine war keinem Bug! Das habe ich ja gefroren! Ja, aber das war ja ein Bug, den du abused hast! Bram und... Bram und... Echt? Damit müssen wir klarkommen! Boah, was habe ich denn für den Finger? Die Betonung liegt auf Spaß! Ja, ja, ja! Spaß für dich auf Kosten! Nimm eine starke Hand, Christian! Ich hab noch keine... Nimm eine starke Hand! Alter, wie das bei mir auch aussieht! Das sieht doch komisch aus! Peter, wieso bist du gehört? Das ist ne gute Frage! Hat jemand Random Damage gezündet? Ja, hab ich! Ist das geil! Wieso hast du eigentlich gehört? Hat jemand Random Damage gezündet? Hab ich gemacht! Oh, der ist tot! Da hat jemand einen weggemacht! Mit Random Damage? Das ist super krass! Da hat jemand einen weggemacht, ey! Jetzt kommt noch Random Damage! WTF?! Der ist es! Das kann aber nicht sein! Ich bin nämlich Gambler! Dadurch springt rum! WTF?! Dadurch ist es unsichtbar! Dadurch hat Messer in der Hand! Dadurch hat Messer in der Hand! Dadurch hat Messer in der Hand! Ja! Leute mit Messer in der Hand werden weggemacht! Ja, der war Trader! Christian und ich haben den gemacht! Äh, ja! Hat der wirklich ein Messer in der Hand? Hast du das nicht zuerst gewusst? Der hat irgendwas kurzes in der Hand gehabt und ist auf mich zugesprungen! Der hat ein Messer in der Hand! Guten Tag, Bram! Wie wärs mit einem kleinen Vorstellungsgesprungen? Okay! Okay! Geh mal weg! Ich stehe lieber, ne? Natürlich! Wer will denn hier sein? Immer einer! Oh, die haben Items in der Hand! Da sind böse Menschen drin! Ich bin Detektiv, Junge! Natürlich habe ich Items in der Hand! Da sind böse Menschen drin! Hör doch mal auf! Hey! Hey! Oh Gott, Jay! Jay! Du Pisser, Alter! Was soll denn das hier? Jay habe ich weggemacht! Hier, alle weggemacht! Wer ist mit dir das jetzt noch? Ja, tun! Ja! Nein, ich fall durch die Decke! Ich auch! Brammit! Ich falle auf! So ne Scheine, ich wollte ich zum Psychic machen! Nehmen vor! Ich wusste es! Okay, wer geht denn da? Okay, wir fallen ja ewig! Ja, niemand! Nein, wir fallen noch! Nein, wir fallen noch! Ey, was war denn das für eine Aktion? Ich hab nichts gemacht! Doch, du bist mit dem Messer zu Christian gerannt! Ich hab mich verunsichtbar gemacht! Was sagt dir das? Du hast ein Messer in der Hand und bist auch... Ja, aber das ist doch ein Agentenmesser gewesen! Ja! Das ist doch egal! Ja, manche Leute... Mir ist das doch egal! Ne, das ist nicht egal! Dann claust dir nur die Identität, aber du hattest... Du hattest halt ein Messer in der Hand strickst auf mich zu! Aber das ist ja auch okay! Ich hab Panik bekommen! Dadurch erschließt ja auch Leute, wenn sie eine Tür aufmachen, ja? Ich hab Panik bekommen! Ja, okay! Irgendwann traf mich! Ich hätte diese ganze Zeit gegeben! Ich wollte mir jetzt hier auch noch ein ernstes Gespräch führen! Das war sehr schade! Aber Jake kam mit dem Messer reingerannt! Ne, ne, ne! Ich war der eifersüchtige Mitarbeiter, Alter! Ja, klar! Ach Gott! So, geht wieder! Random Damage! Da war schon was Kleines in der Hand! Ja, das hab ich mir auch schon gehört! Mach ihn weg, mach ihn weg! Darf ich sie heile? Ja, ich hab doch nichts gemacht! Ja, aber du hattest das ja typisch am Ende wieder ausgenutzt! Warte, Christian! Ich hab meine starken Finger! Du musst mir ihn anhauen, dann kann ich ihn heilen! Ja, aber der schießt ja nicht! Peter zum Beispiel! Zack! Ja, guck mal! So, jetzt auch wirklich heilen, bitte! So macht man sich seinen eigenen Sob! Das war jetzt aber haarscharf, Alter! Boah, voll nice! Dankeschön! 8 HP-Jungen hatte ich, ey! Peter hat gar nichts gemacht! Ich hab gerade gekauft! Ja, glaub ich auch! Wie sagt ihr? Bram denn 8 HP? Ne, ich hab keine 8 HP! Ach, schön ist es zum Mittag! Ne, ne! Ah, Mensch! Jay's Detective! Ja, das ist nice! Also, Bram hatte 8 HP! Nein, ich hatte keine 8 HP! Junge, guck mal den ganzen Fall an! Was nicht passiert ist! Lass mich doch mal durch! Ja! Kann es sein, dass es dort einen Kampf gab zwischen Traitor und Jakal? Und der Jakal im letzten Moment noch mit der Zeitgeek-Digel getroffen hat? Ja! Erstmal müssen wir hier... Letztens Dalu, der muss ja auch einer treffen! Genau! Ja, genau! Warst du involviert in dem Kampf, Dalu? Ne, aber ich meine, Bram und Dasus! Wer war denn da? Bram und Dasus war in einem Kampfverwickel? Wie findest du das? Wer war denn kein Kampfverwickel? Sehr verdächtig! Bram, ich muss die ganze Geschichte noch mal hören! Wieso liegt denn hier eigentlich eine Beerenfalle in der Tür? Sieht man das einfaches Loch am Körper von der Sidekick-Digel? Von der Sidekick-Digel? Echt? Wie geil ist das denn? Das heißt, wir könnten jetzt hier... Das ist jetzt richtig geil... Christi, wir haben auch achtet da jetzt! Über mich! Wir könnten die Leute einfach mal checken hier! Ich gehe durch die Tür! Dann ziehst du an der Wand! Christian nicht! Also ganz blöd ist ja die Tatsache, dass hier zwei Leute in der Golden Deal sind! Peter! Peter! Wieso bist du nicht verstorben? Sepp hat die schon länger gehabt! Der ist der andere, Dalu! Peter ist auf jeden Fall einer! Ich sag doch, dass Peter gekauft hat! Ich hab aber nicht gekauft, Jay! Dalu, wer hatte noch... Wer hatte außer Sepp noch eine? Wirklich nicht gekauft! Jey hat die! Leute! Da sitzt sie! Ja, Peter ist gleich tot! Peter ist down! Jay! Er ist explodiert! Er ist explodiert! Weil Sepp hat die von Anfang an gehabt! Irgendwie glaube ich aber, dass Peter... Dadosch ist Jackal! Der war vorher mein Täter-Kollege! Ja, das sind doch Bram und Dadosch! Und das mit der 8 HP war doch wahr! Ich habe alles gehört! Ich habe alles mitbekommen! Jawohl, hast verdient, ey! Rieig schön von der Seite! Ich leb nämlich auch noch! Dadosch ist hier noch? Wer ist denn jetzt noch der Böse hier? Weiß ich nicht! Ich muss mich selbst befriedigen! Nein! Achso! Da kommt der T gerade! Wuh! Nice! Schön, Junge! Was war das denn? Sie haben Pude! Oh man! Das war wieder eine lustige Runde TDP! Oh schön! Vielen Dank fürs Zusehen! Haut rein! Tschau! 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 Stahl! Bintelligible! Didn't Vig Lordy